Heute soll es hier noch mal ein paar wichtige Infos geben. Haut gerne einmal auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Was wir kostenloses bekommen, ist hier einmal diese Lackierung. Die wurde ja schon früher eingeführt. Wurde schon in Kapitel 2, 7, 5 eingeführt, aber die bekommen nicht jeder kostenlos, sondern nur ein paar Leute. Welche Leute das bekommen, das schauen wir uns in diesem Video an und dann noch ein paar Gratis-Items, wenn ihr Twitch schaut, schauen wir uns auch noch mal an. Von daher gehen wir mal auf Twitter und zwar gehe ich mal hier hin. Erstmal hier zu Finn als Entschädigung, dass die selber ausgefallen sind an alle Spieler, die sich zwischen dem 27. Januar und dem 3. Februar eingeloggt haben. Diese Lackierung kostenlos. Die können natürlich auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt in den Shop. Dann kriegen wir ein paar Twitch-Shops. Einmal hier diese. Einmal so was im Haul schmeißen, dann auch wieder so was im Haul schmeißen, dann Spray und anrücken. Was wir dafür tun müssen, ist. Einmal müssen, also wir können den Streamer insgesamt 175 Minuten zuschauen. Wenn wir 45 Minuten zuschauen, bekommen wir einmal das hier. Wenn wir dann den Stream dann auch weiterlaufen lassen, bekommen wir bei 90 Minuten dieses hier. Dann bei 135 Minuten kriegen wir diese Lackierung, ähm, 45 Minuten. Damit können wir alles sowieso. Plus dann noch das Backblink, das Lama. Und, ähm, die Uhrzeilen sind ein bisschen blöd. Ähm, hier hat iFireMonkey mal was verlinkt. Und zwar, Streamerballs ist in 6 Stunden. Wenn wir jetzt einmal von meinem Video aus rechnen, 17, 18, 19, 20, 21, 22, gegen 23 Uhr. Ja Leute, die Uhrzeit ist ein bisschen blöd, ich weiß. Aber man kann ja dagegen nichts machen. Dann, dann geh ich nochmal hier zurück. Ähm, ähm, steht auch irgendwann mal für Deutschland, deutscher Zeit. Ähm, jetzt sind wir 23 Uhr 30 und finden wir erstmal 23 Uhr 30 plus. 23 Uhr 30 plus 175. Ich könnte gerne mal kurz Google fragen, 175 Minuten in Stunden. Dann, damit ich es euch sagen kann. Ich mach mal kurz einen Cut. Okay Leute, was aber sehr wichtig ist, um dass ihr die Drops bekommen habt, ich finde es ganz nett, aber auch egal. Das ist von heute, heute am 23 Uhr 30 bis 5 Uhr morgens. Das heißt bis, das geht dann vom 9.02.23 Uhr bis zum 10.02.5 Uhr morgens. Was aber wichtig ist und zwar, und zwar, Leute, muss euer Konto, ähm, muss ich einmal hier, ähm, muss euer Konto mit App mit Twitch verbunden sein. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ihr geht hier auf die Epic Games Seite, meldet euch mit euren Account Daten an, dann geht ihr hier zu verbundenen Konten. Dann gibt es hier Steam und die ganz verschiedenen anderen Sachen. Wenn es bei euch nicht so ist, dann, ähm, müsst ihr die Schritte machen und Videos. Dazu gibt es auf YouTube. Ich zeige euch nicht. So Leute, jetzt, so Leute, jetzt kommen wir mal dazu, welche Leute das alles live streamen werden. Und zwar, Leute, wird das SeiferPK live streamen. Heute ab 23 Uhr, heute ab 23 Uhr bis, halt, 5 bis morgens früh, 5 Uhr. Mein Tipp wäre, lasst euren PC, ähm, Playstation oder irgendwas an oder euer Handy. Tut am besten euer Handy als Ladekabel. Ihr könnt ja länger Zeit ja schlafen. Wenn ihr dann morgen früh aufwacht, bekommt ihr dann automatisch diese vier Sachen kostenlos in eurem Fortnite-Account rein. Ich werde euch versuchen, dann natürlich noch andere Streamer in die Beschreibung zu packen. Aber Leute, ich kann es euch, wie gesagt, nicht versprechen. Ich gebe mir Mühe, das zu machen. Ähm, also, ähm, einmal hier, ähm, ich werde euch, wie gesagt, ein paar Streamer in die Beschreibung packen und auch die Internetseite, ähm, wie wir das live streamen werden und auch die Internetseite, damit ihr dann euer Twitter-Account hier mit, ähm, Epic Alpha knüpfen könnt. Ja. Macht es einfach und dann lasst einfach euer Handy oder irgendwas laufen. Tut am besten aufs Aufladekabel. Falls ihr noch Fragen offen sind zu diesem, zu dieser Lackierung, wie gesagt, die produkten nur die Leute, die ich auch am Anfang erwähnt habe. Ähm, ja. Wie gesagt, auch noch eine andere Info, ähm, zum Morgen, zum 10. Ich weiß nicht, ob ich morgen livestream werde. Ich habe aber ein Video aufgenommen, das wird morgen um 14.00 Uhr veröffentlicht. Ähm, ich kann euch mal den Titel zeigen für den Video, und zwar, ich habe einen Menschen in Fortnite gekillt. Ähm, jetzt können einige Leute denken, Clickbait, aber schaut euch das Video dann morgen an. Ja, falls ihr noch Fragen sind, gerne mit mir unten in die Kommentare stellen. Die werdet ihr dann auch beantworten. Wie gesagt, ähm, tschüss mit eurem Epic-Account verknüpfen. Ja. Und jetzt will ich mal schauen. Und es beginnt ab 23.30 Uhr. 23.30 Uhr. Und ich würde sagen, das war's ihr mit diesem Video. Ähm, habt ihr noch alle einen einen dramhaften Tag. Ja. Tschö. Mit Dabbel. Das ist es. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.